Psyo Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein paar Clips mit Robby. Der Allerächte. Ja Leute, heute kommen also ein paar Clips mit Robby. Wenn euch diese Clips gefallen, dann lasst einfach nur ein Like da, kommentiert, macht die Welle in diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns, wenn wir mit 1 gegen 1 anfangen. 2, 1, go Leute, jetzt startet der 1, das ist 1. 2, 1, go Leute, jetzt startet der 1, das ist 1. 2. Clip 1, 2, 3, GO! Leute, falls ihr mich gut in Fortnite findet und ja so weiter, dann lasst einfach ein Like da. 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Das ist das für ein Video und mein Freund wollte, ja, also, die, dass du entweder, keine Ahnung, wie Odemann oder wie, keine Ahnung wie er es sagt, wollte er es mal sagen. Wollt ihr eigentlich nicht mal wie Odemann sagen, aber einmal? Ja, keine Ahnung, ok, sag. Ok, du bist dran. 1, 2, 3, GO! 1, 2, GO! Knacks-Elmen, denen hier auf was Falsches zu sagen. Ah, ha, 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 ha! Ah, Leute, ich schaue auf jeden Fall die, äh, Beschreibung unten in den Check schreiben. Ähm, wenn euch dieses Video gefallen hat, ist das einfach nur ein Like da. Ja, supportet mich für mein Bro-Robbie. Ja, Leute, und das war's auch mal mit dem Video. Lasst einfach nur ein Like da, damit es doch weiß. Ja. Und das war's auch mal wieder mit dem Video. Lass ein Like da und ciao!